Ich, ähm... Ich muss dich lauter stellen. Sag mal was. Ja? Okay, du bist ein bisschen leise. Warte mal, so. Ja, es passt schon. Also, willkommen zu einem neuen Video. Ähm, wieder mit Yoshi. Und wir machen jetzt irgendwelche Togo-Spiele. Und... Ich hab keinen Bock, aber egal. Oha! Okay. Hahaha. Das ist eine Antwort. Mit der wir ins Video starten. Wir machen mal Lolas Leckereien. Was muss ich mir darunter vorstellen? Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Wir schauen uns uns jedenfalls an. Wir testen jetzt ein paar Spiele und... Äh, ja. Ich hab grad herausgefunden, dass Yoshi doch auf Instagram ist. Was ich... Das ha... Das musstest du eigentlich wissen. Ja, ich weiß. Wir sind... Ja, ich wusste nicht mehr, dass... Du bist... Echt? Ich will dich jetzt nicht beleidigen. Eine Hohlbirne. Ja. Also, falls YouTube Kids denkt, das Video kann man als kinderfreundlich einstufen. Ich würd's nicht erraten. Nee, ich glaube auch nicht. Weil's halt ein Kinderspiel ist, deswegen. Also, lieber... Bitte, YouTube, wenn ihr das seht, bitte... Das Video nicht auf kinderfreundlich umstellen. Nö, ich tue es aber nicht empfehlen auf kinderfreundlich. Das ist... Ich kapiere das Spiel nicht, hä? Ah ja, ich hab's richtig gemacht, okay. Nochmal spielen. Also, man darf doch einen Kommentar beschreiben. Alles gut. Ja. Meine Güte. Was muss man denn hier jetzt machen? Ah, okay. Ich hab's kapiert. Lass dich nicht von den Chaoten ablenken. Welche Chaoten? Aha. Eine Katze in der Rührschüssel. Das wollte ich auch schon immer haben. Warte, was? Komisch. Ich back grad einen Kuchen. Wait. Du backst grad einen Kuchen? Ja. Ernst? Ja. Wie am Ende das schmeckt, ist die andere Frage. Muss man hier grad... Ja, ich glaub, das wird auf jeden Fall... Ach man, ich bin dumm. Eins, zwei, eins, zwei... Ich bin so dumm. Wobei, hab ich's richtig gemacht? Egal. Ähm, jetzt kommt die Milch rein, dann der Zucker. Schokostreusel. Warum so viele Schokostreusel? Oder warum sind die flüssig? Hat doch gar keinen Sinn. Ich bin so dumm. Okay. Eins, zwei, zack, 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 zack. Da rein. Okay. Wir machen das nächste Spiel. Jetzt kommt die Winterspiele dran. Okay. Mal schauen, was das ist. Freust dich auch schon auf den Winter? Auf jeden Fall. Wird bestimmt krass wieder. Ja. Ja. Wenn's wieder ziemlich schneien wird. Wir werden's sehen, was das wird. Oh, ja. Welche Folgen bleiben dir von Angelo noch gut im Kopf? Kannst du dir mal erzählen? Äh, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung mehr. Irgendein Charakter, der dir im Kopf geblieben ist. Angelo. Ja. Ja, sonst niemand. Nö. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Alles zu vergessen. Was muss ich denn bei dem Spiel machen? Ah, das ist Olympische Winterspiele. Langlauf. Okay. Mach mal. Mach. Erreich dein Ziel. Ich hab ne Silbermedaille. Wie cool. Jetzt will ich aber Gold. Mach, 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 mach. Digga, wenn das jetzt nicht... Das ist wieder Silber. Na gut, dann. Oh, Curling. Kannst du Curling spielen? Nee. Was hältst du von Curling? Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Dann musst du den Stein in die Mitte des Hauses bringen. Okay. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ich hab wieder ne Silbermedaille bekommen. Ja, cool. Jetzt muss ich Slalom laufen. Wir können ja gleich im Nachhinein wieder auf das Video reacten. Und was mach ich denn da? Ich bin voll abgestürzt. Warte mal. Wie mach ich das denn? Hä? Wie geht denn das? Das funktioniert nicht, wie ich will. Noch ein Versuch. Dann geb ich auf. Ah, so geht das. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Irgendwann muss ich doch mal ne Medaille kriegen jetzt. So. Mit beiden Fingern drauf tippen. So. Und wieder keine Medaille. Ja, wie cool bin ich denn? Hast du mal Lust gehabt, bei Ninja Warriors Kids mitzumachen? Hallo? Noch da? Ja, hallo. Hattest du mal Lust, als Kind bei Ninja Warriors mitzumachen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kennst du die Sendung überhaupt? Ich bin Dritter geworden. Ja, wie cool. Noch nie was von gehört. Äh, ganz ehrlich, nein. Kennst du The Voice of Germany? Ja. Wolltest du da mal mitmachen? Nee. Auch nicht. Ja, ich auch nicht. Auch nicht. Ich kann nicht singen. Eieiei. Bin im Ziel gelandet. Jawohl. Und ich hab wieder Platz 3 erreicht. Ja, moin. Eishockey als nächstes. Das kann ich. Oder ich kann's nicht. Was muss ich denn überhaupt machen? Hä? Kapiert, wer will. Ach, ich muss den abwehren. Ich bin auch einfach nur klug. Wieder keine Medaille. Ja, das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Frau Merkel weiß das. Boah, Vorsicht. Ui. Ui. Und bumm. Und bumm. Und bumm. Und abwehren. Und verteidigen. Und Torschützen. Ich bin einfach nur... Ja, Platz 3. Bitte sag mir, das ist Platz 3 wenigstens war. Wieder keine Medaille. Ach komm, jetzt reicht's. Ach, ich muss das hier. Eine Bronze-Medalle kriegen, dass ich Skispringen freischalte. Ja, geil. Danke. Danke für nichts. Danke. Danke. Danke für nichts. Danke. 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 Nein. Ach, Mann. Das ist schwerer, als es aussieht. Glaubst du mir nicht, oder? Mach's doch mal wie Jan Sommer. Der hat alles pariert. Wusstest du, dass die Schweiz... Wusstest du, dass die Schweiz es ins Viertelfinale gegen Frankreich geschafft hat? Nee. Wahnsinn, oder? Ja. Italien spielt ja bald gegen Belgien. Die sind auch noch dabei. Deutschland ja raus. Ach, das weißt du, glaub ich, ne? Ja. Irgendland jetzt gegen die Ukraine. Puh. Ah, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Was ist das denn? Ja, jetzt nee. Regt mich zwar auf, dass ich's nicht geschafft habe, aber was soll's. Wir gehen zum nächsten Spiel, und zwar Fußball. Angelo Fußballturnier. Oh je, das kann was werden. Oh, das sieht aber ziemlich cool aus. Ah! Oh, das kenn ich von Schlag den Rab. Das ist nice. Das ist ja cool. Mach ein Tor! Nein! Ach man. Ich bin nochmal dran. Komm, der muss jetzt ins Tor gehen. Tor! Jawohl! Ach, jetzt spiel ich online, oder wie? Nee. Egal. Was soll's. Los geht's. Das sind coole Spiele, die Angelo hier hat. Das ist nice gemacht. Oh, der Gegner ist dran. Vorsicht. Ist ein bisschen wie, ja, Billard. Aber ein bisschen anders halt. Oh, nee. Jetzt will ich den wegstoßen. Verzeihigen will gelernt sein. Was hast du heute noch so vor, Yoshi? Keine Ahnung. Hier ist es auch noch nicht. Ah, jetzt leg mal hinten. Na geil. Kann ich so einfach das Spiel? Ich mach mal Musik an. Wie ist die Musik? Okay. Okay. Gibt keine. In der Art und Weise. Wie machen wir das denn jetzt? Wir schießen einfach so volle Pulle drauf. Jawohl. War aber gar nicht mal so schlecht. Jetzt bräuchten wir noch die Schlag-dein-Rab-Musik. Dann wird's passen. Diese Überlegen-Musik. Ach, Mann. Ach, Mann. Meine Frage, wie viele Minuten pro Tag verbringst du auf TikTok? Keine. Keine. Und sonst im Internet? Viel zu viel. Ja, ich bin dauerhaft am Handy. Was soll ich sagen? Ja, moin. Gut, ich will das Spiel auf jeden Fall jetzt noch gewinnen. Dann mach ich noch ein Spiel und dann wende ich das Video. Oh, Mann. Was war... Oh. Die Chance hättest du sehen müssen. Siehst du ja gleich. Oh, nee. Verloren. Verloren. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Verlieren gegen Butterfinger, oder wie? So, jetzt komm. Stop. Nein. Mach ihn rein. Nein. Spielt auch etwas besser. Ja, ich hab verloren. Na gut, was soll's. Nicht nochmal. Nee, nee. Nicht nochmal. Ja, was? Wenn du dich gerade gefragt hast, mit wem ich gerade geredet habe, mit meiner Mutter. Ach so, okay. Ja, hab ich mich nicht gefragt. Was sind die ganzen Spiele von Angelo hin? Hat man so viele Spiele rausgenommen wieder? Dann mach ich jetzt noch Elvin und die Chipmunks. Wo ist das? Oder Ninja Warrior? Wir spielen Ninja Warrior. Ninja Warrior Kids. Spielen. Ninja Warrior war ja auch ganz cool eigentlich immer. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Let's go. Was glaubst du eigentlich, wer weiterkommt? Schweiz oder Spanien? Ja. Ja, tipp einfach mal. So. Na gut. Ich glaub, die Schweiz hat eine gute Chance, weiterzukommen in die nächste Runde. Aber wer weiß, wer weiß. Mal schauen. Die Schweiz gegründet? Nein. Die SEK. Also die SWAT. Was ist die SEK? Was ist die SEK? Hä? Was ist die SEK? Sonder Einsatzkommando. Kenn ich nicht. Du kennst nicht die Sonder Einsatzkommando. Nein. Hat das mit FBI zu tun oder wie? Was? Hat das mit FBI oder wie zu tun? Nein. Sonder Einsatzkommando. Kommt in Banküberfällen. Oder. Wenn jemand schwer bewaffnet ist. Also die Sonder Einsatzkommando ist dafür da. Für Banküberfälle. Und für schwer bewaffene. Bewaffene. Okay. Leute. Chris weiß wohl nicht, was Sonder Einsatzkommando ist. Ihr könnt hier in den Kommentaren schreiben. Wie lost ich bin. Was Sonder Einsatzkommando ist. Ja. Okay. Ihr könnt ihn das gerne erklären. Ich weiß nicht, warum er es nicht weiß. Aber nein. Ist nicht, ist es. Aber was ist dann die BKA? Ich dachte, das ist die Polizei. Oder. Was ist die BKA? BKA. Keine Ahnung. Das weißt du wiederum. Ich kenne die BKA, du die SEK. Ja moin. Das ist natürlich dann auch wieder typisch. Let's go. Tor. Komm, halt den Ball. Halt den Ball. Yes. Yes. Ach, come on. Was hörst du momentan für Musik? Gar keine. Keine. Why dead? Also ich spiele die Runde noch fertig. Und dann bin ich fertig für das Video. Ja. Wir haben 20 Minuten aufgenommen. Relativ krass. Jetzt noch eine Runde gegen Erwin gewinnen. Ich habe Erwin und die Chipmunks auf Togo immer angeschaut. Das war eine coole Serie. Kennst du die auch? Ja. Bleibt dir dafür noch was in Erinnerung? Ne. Ne. Oh, der schießt drüber. Erwin ja eh der cuteste. Das cuteste Streifenhändchen. So, jetzt. Come on. Super Kraft. Yes. Drin. Es steht 3 zu. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tore Erwin gemacht hat. Steht hier auch nicht drin. Ja, moin. Ich glaube, ich gewinne das Elfmeterschießen. Genauso wie Schweiz gegen Frankreich gewonnen hat. Au. Ja, Sommerheld. Sommerheld. Die Schweiz ist im Viertelfinale. Das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Und nächster Treffer. Und nächster Treffer. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, ich probiere es mal. Aber hat natürlich nicht funktioniert. Geil. Erwinerschießen geht hier deutlich länger als im normalen Fall. Mit 5 Schützen normalerweise immer. Jetzt hier sind es 10. Boah, war das knapp. Der ist sogar noch an die Außenlatte gegangen. Oder Innenlatte. Keine Ahnung. Ich würde hier riskieren, so zu machen. Genau. Anden, halten, halten, halten. Nein, er hat getroffen. Shit. Komm, jetzt aber ein Treffer noch zum Abschluss. Nein, Pfosten. Pfosten, ey. Nee. Egal, Erwin trifft nicht. Das kann er noch ausgleichen, oder? Keine Ahnung. Na, boah, war das knapp. Gehalten und damit habe ich das Spiel geschafft. Und wie steht's, Endstand ist 5 zu 1 für mich. Okay, da bin ich zufrieden. Erwin hat einmal getroffen. Jetzt kann man noch gegen Feodas spielen. Eine kleine Runde kommen. Aber nur einmal kurz zeige ich es euch, wie er spielt. Ja, okay. Keine Lust mehr. Er hält natürlich. Ja, wie geil. Jedenfalls bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao. Ciao.